Ich habe verschiedene Möglichkeiten, in einer Tabelle Dinge zu markieren. Einerseits, wenn ich in eine Zelle hinein klicke, dann ist diese Zelle aktiv. Das heißt, ich kann hier Veränderungen vornehmen. Wenn ich allerdings hier zum Beispiel die Größe verändern möchte, dann funktioniert das hier schon nicht mehr. Wenn sich das nur auf die Zelle auswirken soll, dann muss ich mit dem Cursor an die linke untere Ecke mich bewegen. Der Pfeil ändert sich dann in einen schräg nach oben zeigenden Pfeil. Hier kann ich jetzt die Zelle markieren und wenn ich das habe, dann kann ich auch entsprechend die Zelle in ihrer Größe verändern. Die anderen Zellen bleiben hier gleich. Das Ganze funktioniert auch mit Zeilen und Spalten. Wenn ich mit dem Cursor vor diese Tabelle hinklicke, dann kann ich hier die ganze Kopfzeile entsprechend einfärben. Ich kann aber auch hier entsprechend andere Zeilen eine Farbe zuweisen. Das Ganze funktioniert auch, wenn ich hier drüber mich befinde. Allerdings muss ich hier näher an die Tabelle ran, sodass ich einen kleinen schwarzen Pfeil bekomme. Und dann kann ich hier die ganze Spalte entsprechend markieren und dann entsprechend verändern. Ich kann jetzt nicht nur die Spaltenbreite ändern, indem ich hier so einen Doppelpfeil bekomme und dann hier rausziehe. Ich kann das auch untereinander, also zeilenweise machen. Ich kann also auch hier sagen, Doppelpfeil, linke Maustaste gedrückt halten und dann kann ich das Ganze nach unten ziehen und kann also die Größe dieser Zeile entsprechend abändern. Ich kann auch hier sagen, Doppelpfeil, linke Maustaste gedrückt halten und dann kann ich das Ganze nach unten ziehen. Ich kann auch hier sagen, Doppelpfeil, linke Maustaste gedrückt halten und dann kann ich das Ganze nach unten ziehen. Ich kann auch hier sagen, Doppelpfeil, linke Maustaste gedrückt halten und dann kann ich das Ganze nach unten ziehen.